Und damit willkommen nach einer wirklichen Ewigkeit hier zurück zum Mega-XL-Projekt. Passt auf, Freunde. Mit dem Silo hier habe ich schon abgeschlossen. Und mit dem Silo hier habe ich schon abgeschlossen. Sprich, alles reingeschoben, verdichtet. Das Silo ist quasi noch geöffnet. Und das hier ist, ich bin mir echt nicht sicher, warum schon geschlossen. Also, ich habe es nicht abgedeckt. Ich weiß nicht, warum es abgedeckt ist. Ich glaube, das waren rund 800.000 oder 900.000 Liter. Wir rechnen jetzt mal mit 800.000 Liter. Leute, ihr habt jetzt nochmal die Chance zu schreiben, was denkt ihr, wie viel Liter Silage haben wir hier drin? Ich bin absolut gespannt, was ihr so sagt. Ich habe es noch nicht zusammengerechnet oder so. Ich schätze mal, wir liegen irgendwo bei 5 Millionen Liter. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Einfach mal, was ihr denkt, wie viel haben wir hier zusammenbekommen? Wir haben noch ein ganz klein bisschen Mais stehen. Und einen Haufen Fahrer, die hier gerade einfach nur Geld kosten. Die werden wir einfach mal eben alle entlassen. Und dann aktivieren wir den Häcksler nochmal und holen, ich denke mal, das ist noch ein Anhänger. Nach einem Anhänger sollte das vorbei sein. Das ist das bisschen, was hier noch steht. Wie gesagt, machen wir den Häcksler an. Dafür muss ich nun mal eben den Seitenversatz wieder auf 3 Meter stellen. Ist ja ein bisschen unkonventionell hier alles. Genau. Und dann übernehmen wir den New Holland, der jetzt schon am losfahren ist. Den fahren wir jetzt mal eben schnell. Und ja, fahren quasi das letzte Fuder selber einmal ab. Ich denke mal, das passt alles hier rein. Das sollte nicht das große Problem sein. Das ist ja wirklich nicht sehr viel, was wir hier noch haben. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dem MegaXL-Projekt. Ich habe jetzt da wirklich eine ziemlich lange Pause gehabt. Für euch ist die Pause, glaube ich, gar nicht so lange. Vielleicht zwei Wochen, wenn es hochkommt. Für mich ist das eine wirklich lange Pause. Ich habe bestimmten Monaten nicht mehr gespielt. Ich war dem Projekt so ein bisschen überdrüssig. Gerade das Mais-Hack-Szenen hier, das hat ja nicht alles von Anfang an geklappt. Ich hatte ziemlich viel Stress und Trubel. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ey, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand. Da habe ich Gold Rush The Game gespielt. Habe diese, ja, das eine Jahr im LS gemacht, das Ding. Und ja, jetzt habe ich wieder Lust. Ich habe aber beschlossen, einfach weil wir haben mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, wir müssten jetzt an die 500 Stunden hier auf dem Projekt haben. Das können wir gleich natürlich mal gucken. Habe ich beschlossen, dass wir quasi, ja, irgendwie jetzt mal einen Cut machen müssen. Und vielleicht in eine Staffel 2 gehen. Ich bin mir allerdings noch wirklich nicht sicher, wie die Staffel 2 aussieht. Bleiben wir hier auf der Karte und bauen einfach nur vieles um? Oder gehen wir vielleicht auf eine andere Karte? Ich glaube, ich mache, wenn diese Folge rausgekommen ist, eine Umfrage im Community Tab, wie wir denn jetzt hier die Staffel 2 auf der MegaXL Farm angehen. Ob wir einfach wirklich, ja, den Ansgar machen und sagen, alles klar, wir gehen in einer, auf eine neue Karte, fangen von vorne an. Oder ob wir hier einfach ein bisschen was umbauen, irgendwie den Hof umbauen, ein paar neue Maschinen. Irgendwie sowas vielleicht. Da könnt ihr mich ja mit eurer Rat und Tat, mit dem, was ihr wollt, könnt ihr mich damit ja unterstützen. So. Dann würde ich sagen, fahren wir zum Silo. Laden die 17.700 Liter dort einmal ab. Dann schiebe ich das Ganze hoch und runter und verdichte das nochmal so ein bisschen und dann sehen wir vielleicht auch schon, wie viel Silage wir denn insgesamt bekommen werden. Bzw. es ist noch Hexel gut. Und mal gucken. Wie gesagt, ich denke mal so 5 Millionen Liter so um den Dreh. 5 bis 6 werden es wohl sein. Auf jeden Fall eine ganze Menge Geld, was denn da rumliegt. So. Mit Schwung aufs Silo und dann Tempomat aktivieren. Ah, da hätte ich vielleicht einmal glatt schieben müssen. Na gut, ich denke mal, wir haben ja einen wirklich großen Traktor mit über 400 PS. Das sollte ja relativ problemlos gehen. So. Tempomat aktivieren und abkippen. So. Und dann müssen wir sich nur noch mit dem Radlader eine Runde durch die Gegend schieben. Schieben, walzen, ein bisschen glatt machen. Alles, was jetzt noch außerhalb vom Silo ist, einmal schieben. Einmal, einmal das Gesamtpaket. Quasi. Das können wir gleich einmal, ja ich zeige, ich glaube, ich würde euch ganz gerne einmal zeigen, wie ich schiebe. Ich habe das schon mal in der Vergangenheit gezeigt, aber vielleicht interessiert euch das ja. Weil ich habe jetzt so für mich eigentlich nach einigen Jahren so die perfekte Art und Weise zu schieben rausgefunden. Was einfach hier im Spiel sehr gut funktioniert. Das ist natürlich nicht so realistisch, aber es funktioniert einfach sehr gut hier im Spiel. So, wir machen jetzt mal oben glatt. Und das geht eigentlich wie folgt. Abkippen. Runter. So ein bisschen eintauchen. Und dann einfach fahren. Quasi mit abgekippter Schaufel im Silo reingerammt. Hier rüber düsen. Natürlich kann man auch langsam machen. Geht aber auch schnell, wie ihr seht. Und ihr seht es schon dahinter, dass es relativ glatt ist. Und wenn man jetzt, wir haben jetzt hier einen ziemlich großen Huckel, weil hier doch einiges reingefahren wurde. Aber wenn wir jetzt hier zweimal vor- und zurückfahren, auch jetzt einfach zurückziehen. So, ihr seht ja, wie glatt das hier ist, nachdem ich mit der Schaufel hier durchgefahren bin. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Also das funktioniert richtig gut. Deutlich, deutlich besser als mit einem Traktor und einem Schiebeschild. Und das geht halt eigentlich mit jedem Frontlader und Schaufel. Radlader, Teleskoplader, Traktor mit Frontlader und Schaufel. Das funktioniert fantastisch. Leute, ihr habt ja eben gesehen, wie es aussah. Und jetzt ist es einfach glatt hier. Es ist einfach ziemlich perfekt glatt. Und das ging so einfach. Und gerade hier der große, der 180er Volvo mit seinen 30 Tonnen und diese 10 Kubikmeter Schaufel, das ist natürlich ein brachiales Gespann zum Walzen und zum Schieben. Das funktioniert einfach extrem gut. Und so, ich würde sagen, ich sorge jetzt mal dafür, dass das ganze Hexegut, was jetzt außerhalb vom Silo ist, nochmal ins Silo reinkommt. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, um einfach mal zu gucken, wie viel Silage haben wir denn jetzt hier am Start, falls ich hier nicht hängen bleibe. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, dass ich jetzt hier so so ein bisschen rumhänge und nicht vorankomme. Okay, dann wollen wir mal. Also, wir rechnen hier einfach mal mit 800.000 Liter. Ich denke mal, irgendwie sowas um den Dreh sind das. also 800.000 Liter. Dann haben wir hier 706.000 Liter, also 1,5 Millionen. Hier nochmal 600.000 Liter, also 2,1 Millionen. Hier geht es weiter mit, ja, nochmal 586.000 Liter. Also, was hatte ich gerade eben? 2,1 Millionen? Ich glaube, 2,1 Millionen, ne? Also 2,68 Millionen. Dann haben wir hier nochmal 710.000 Liter, also 1, 2,6, 2,6, was? Aha, 2,68 Millionen. Den haben wir jetzt hier 3,3,9 Millionen. 3,39 Millionen. So, 800, fast 860.000. 3,3 Millionen. Alter, ich, ich, ich mach keinen Taschenrechner, ich mach gleich einen Taschenrechner. Ich, ich, wir machen gleich mal einen Cut. Also hier nochmal 885.000 Liter und hier nochmal 773.000 Liter. Leute, ich mach mal im, ich hol mal einen schnellen Taschenrechner, das Kopfrechnen, das funktioniert nicht mehr. Leute, ich, ich werde diese Woche 30, also, erwartet nicht zu viel von mir. Yo, also, es sind relativ genau 5,4 Millionen und 43,000 Liter. Ja, plus, minus ein bisschen. Und hier, wie gesagt, hier habe ich mit, hier habe ich mit 800.000 gerechnet. Ich bin auch der Meinung, dass wir irgendwie das, was ich gesagt habe, was wir für die Kühe brauchen. Also, 5 Millionen 43.000. So, dann würde ich sagen, decken wir das Ganze mal ab. Und dann gucken wir mal weiter. Abdecken. Ich finde es wirklich schade, dass man, dass zumindestens Autodrive das nicht als ein komplettes Silo angesehen hat. Dann muss ich mal gucken. Ich finde so richtig lange Silos eigentlich geiler, schmal und lang. Warum sind jetzt hier 99 Prozent? Okay, dann müssen wir da nochmal gleich hochfahren. Schmal und lang finde ich eigentlich ganz geil. So zwei Spuren und richtig lang. Da muss ich vielleicht zukünftig mal nach einem Mod suchen, der entsprechend so ein Silo hat. Richtig schön lang. Einfach ein richtig großes, langes Silo. Ich meine, wir können mal eben gucken, wir werden uns das nicht leisten können und auch definitiv nicht kaufen, was denn so ein ganz großes Standard-Silo wäre. Das große Standard-Silo wäre ja das. Das ist nicht ganz so lang, ne? Das ist natürlich, das wäre das mittelgroße. Das mittelgroße wäre so, ja, ähnlich lang. Ja, vielleicht sind diese Standard-Silos auch eine gute Alternative. Die sind halt schon mal deutlich länger als das normale Silo, was wir jetzt haben. haben drei Spuren theoretisch. Vielleicht machen wir einfach zwei Stück davon. Ich muss mir mal Gedanken machen. Wie gesagt, ich kann mir so oder so sehr gut vorstellen, dass wir so alles einmal auf den Kopf stellen und sagen, wir machen es einfach mal komplett anders jetzt. Ich mag den Kuhstall auch ehrlich gesagt nicht mehr. Also der ist hübsch, der ist ein hübscher Kuhstall, aber ich würde ganz gerne auch einen anderen Kuhstall haben. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir einfach komplett umziehen. Ich weiß es aber noch nicht. So, damit haben wir jetzt 100% und können hier auch abdecken. Vielleicht machen wir wirklich jetzt einen Projekt-Cut. Einfach, dass wir sagen, jo, alles verkaufen, Projektende und dann gehen wir woanders hin mit der Kohle. Ich meine, wir können ja mit der Kohle einfach wirklich weitergehen und sagen, ey, wir bauen uns mit der Kohle, wenn wir jetzt alles verkaufen, einfach einen neuen Hof auf. Ich glaube, das ist fast die beste Wahl. So, Motor aus, Video zu Ende. Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja. Ich denke, ich denke, dass wir das wirklich machen, dass wir dieses Projekt jetzt hier komplett zu Ende führen und dann mit einer Mega XL Farm Staffel 2 auf einer anderen Karte weitermachen. Ähm, gibt ja viele schöne, große Karten und ich glaube, das wird toll. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Bis dann, danke und ciao. dann mal Vielen Dank.